Ein neuer toller Tag, wir sind fast schon da. Hallo, Helly ruft Bing und Bong. Auf dem kleinen Planeten der Natur liegt ganz viel frischer Schnee. Ihr habt die Aufgabe dort so richtig schön zu spielen, ohne dass euch kalt wird. Gute Reise, Bing und Bong. Oh, ist das kalt hier. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hört ihr das? Oh, das arme kleine Ding. Es hat keine Mütze und friert ganz fürchterlich. Da sind ja noch vier andere. Wie können wir sie bloß warm halten? So ist es schon besser. So ist es schon besser. Gut gemacht Bing. Mützen wärmen deinen Kopf und Handschuhe deine Hände. Ein Schal wärmt Hals und Brust. Doch hättest du es gewusst? Nur mit Jacke, Handschuh, Schal und Hut wärmst du dich wirklich richtig gut. Auf Wiedersehen Bing. Auf Wiedersehen Bong. Halli verabschiedet sich. Wir sind aus dem All. Spannung jeden Tag. Von zu Haus ins All. Bing und Bong. Ein Planet, der ruft nach euch. Ein neuer toller Tag. Wir sind fast schon da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.